Muss ich auf meine private BU-Rente Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung zahlen, wenn ich selbst pflichtversichert bin, zum Beispiel als Rentner? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Anfrage auf Rentenbescheid24.de bekommen. Dort stellte folgende Frage mit folgenden Sachverhalt, kurz gerafft, ich beziehe eine Rente aus einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung schon seit einigen Jahren und ich bin aktuell in einem versicherungspflichtigen Midijob, also über 521 Euro monatlich, beschäftigt. Muss ich auf meine private BU-Rente Beiträge zahlen, gilt das dann auch oder muss ich dann auch Beiträge zahlen, wenn ich zum Beispiel in der Krankenpflichtversicherung der Rentner, kurz ausgedrückt KVDR, pflichtversichert bin? Meine Damen und Herren, die Rechtslage ist relativ eindeutig. Wer eine private BU-Rente bezieht, muss, solange wie er in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtig versichert ist, zum Beispiel durch eine Beschäftigung, also durch eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, durch den Tatbestand der Krankenversicherung der Rentner oder durch andere Pflichtversicherungen, muss grundsätzlich keine Beiträge auf die BU-Rente an die Krankenkasse abführen. Und zwar haben wir als beitragspflichtige Einnahmen im Gesetz zum Beispiel natürlich das Arbeitsentgelt, das ist klar, aber auch gesetzliche Renten oder sogenannte Versorgungsbezüge, die den gesetzlichen Renten gleichgestellt sind. Versorgungsbezüge finden wir im § 229 SGB V und da unter anderem zum Beispiel auch die sogenannten, also die Versorgungsbezüge, die uns immer ganz dolle Kopfschmerzen bereitet haben und auch heute noch ganz großen Ärger für viele Millionen betreffen, nämlich die Versorgungsbezüge aus Betriebsrenten. Aber wenn man sich den § 229 genau anschaut, da findet man nichts zu Versorgungsbezügen aus privaten Rentenversicherungen, Kapitallebensversicherungen und anderes. Also da finden wir im Grundsatz nichts, also da muss man sich eigentlich im Wesentlichen keine Sorgen machen. Wer in der KVDR, also in der Krankenpflichtversicherung der Rentner nach § 5 Absatz 1 Nummer 11 SGB V versichert ist, pflichtig versichert ist, der muss sich da auch keinen Kopf machen, denn dann, da werden auch die Rentenbeiträge aus der privaten BU-Rente nicht beitragspflichtig in der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber alle diejenigen, die in der GKV freiwillig versichert sind, die müssen sich schon Gedanken machen, denn da gilt dann § 240 SGB V und der sagt, dass de facto alles, was sie an beitragspflichtigen Einnahmen haben, der Beitragspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung, also in der freiwilligen Versicherung unterworfen ist. Da gibt es sogenannte Beitragsgrundsätze der Selbstzahler, die durch den Spitzenverband der GKV hier veröffentlicht worden sind und auch niedergeschrieben worden sind. Da gibt es also eine wunderbare Tabelle, da kann man reingucken, was da alles beitragspflichtig ist. Wenn jemand zum Beispiel eine BU-Rente monatlich von 2.500 Euro hat und ist freiwillig gesetzlich versichert in der Krankenversicherung, dann wird es richtig teuer mit knapp 18,5 oder 19 Prozent Beitragssatz inklusive Pflegebeitrag, kann das schon richtig ordentlich reinhauen. Also, meine Damen und Herren, im Grundsatz aber pflichtig Versicherte in der GKV müssen keine Beiträge auf eine private BU-Rente zahlen, die Sie praktisch parallel zu den Einnahmen haben aus versicherungspflichtiger Beschäftigung oder als gesetzlicher Altersrentner, der in der KVDR Pflicht versichert ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche und schauen Sie bitte ab und zu mal auf rentenbescheid24.de rein. Dort haben wir zum Beispiel ein neues Angebot entwickelt für alle Fragen der Beitragspflicht in der GKV. Können Sie unser Paket Beratung gesetzliche Krankenversicherung für 199 Euro buchen. Dort erklären wir Ihnen dann individuell auf Ihren Fall zugeschnitten Ihre Fragen und beantworten Ihre Fragen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Alles Gute, Peter Knöppel.